Wie erkennt man eigentlich Betrüger im Internet? Ich habe vier Betrüger gefunden und für dich analysiert. Ich möchte dir zeigen, wie man Betrüger eben identifiziert und lade dich dazu ein, gerne mitzuraten, ob du diesen vier Betrügern aufgeflogen wärst oder ob du sie rechtzeitig erkannt hättest. Ich wünsche dir viel Spaß. Mein Name ist Sebastian Brasca und ich bin Inhaber einer Online-Marketingagentur. Wir haben somit den ganzen Tag mit Webseiten, Webshops und so weiter zu tun. Umso mehr tut mir mein Herz weh, wenn Betrüger im Internet aktiv sind und um dich davor zu bewahren, habe ich dieses Video produziert. Aus meiner Sicht sind es drei Sachen, die einen Betrüger eben relativ gut identifizieren. An der einen Seite gibt es ein Impressum überhaupt. Was steht da drinnen? Google nach den Firmennamen. Wer steht dort? Ist das seriös, was da drinnen steht? Warnung vor so 0800er-Nummern im Impressum, das ist auch immer so ein bisschen ein Zeichen. Das andere ist Google nach der Firma und dann schaue aber ganz genau, warum, zeige ich dir in einer unserer Beispiele. Oder Nummer 3, achte auf die Zahlungsmittel, die der Webshop dir anbietet. Paypal zum Beispiel, mit dem kannst du relativ einfach das Geld wieder zurückholen. Solche Zahlungsmittel wird ein Betrüger-Webshop natürlich dir nicht anbieten. Und auf jede Art von Gütesiegel, schau auch hier aber genauer drauf hin. Warum, zeige ich dir in dem Beispiel. Los geht's. Also ich wohne in Eichgraben und habe einmal nach einem Installateur gesucht. Und wer mir aufgefallen ist, ist dieser Installateur Hansi. Der war damals auf Seite 1, auf Platz 4. Und wenn man sich eben den anschaut, dann war mir da irgendwie ungut. Die Fotos sind zwar okay, aber sie sind sozusagen ganz eindeutig gekauft. Irgendwie zusammengewürfelte Stockfotos, ganz klassisch. Es gibt eine 0800er-Nummer. Aber die Überschrift, ihr Installateur in Eichgraben. Eichgraben ist jetzt nicht riesig und so weiter. Schreibt auch überall. Also sehr interessantes Projekt. Wenn man hier unten ins Impressum geht. Straße steht sowas. Umgebung steht sowas. Oder unter Meer. Also es gibt irgendwie kein Impressum, kein gar nichts. Bei sowas ganz klar Finger weg. Schauen wir noch, wem die Domäne gehört. Also bei Whois kann man ja herausfinden, wem diese Domäne gehört. Und bei Installateur Hansl ist die Webseite in Niederlande gehostet. Und mir als Profi sagt das was. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein kleiner Installateur ein Cloudflare-Service nutzt. Aber das ist so ein typisches Paradebeispiel für Finger weg. Das ist einfach eine Betrügerseite, die die Aufträge wahrscheinlich annimmt und dann lokalen Installateuren weiterverkauft. Thema Nummer zwei war, ich habe eine Pizzerie in Eichgraben gesucht. Ich sehe, Eichgraben ist so der Tempel der Bosheit scheinbar. Kein Betrüger, aber schon irgendwie eine sehr interessante Masche. Und zwar gibt es Pizzerie Eichgraben, es gibt eigentlich nur eine Pizzerie und die zwei Ergebnisse. Wenn wir sich die anschauen, ist das Ergebnis Nummer eins. Und ich wollte eigentlich gleich bestellen. Und das ist Ergebnis Nummer zwei. Ich denke, war komisch, es gibt ja nur eine Pizzerie Eichgraben. Pizzeria-Service-Giovanni-Hutten.at ist eine Domäne, die gehört Lieferando. Wenn man ganz runter scrollt, sieht man das auch. Kontakt ist zwar Pizzeria Giovanni, aber Impressum ist auch sogar Pizzeria Giovanni. Aber das ist eine Seite von Lieferando gestellt. Weil das ist eigentlich die Webseite von der Pizzeria Giovanni. Das heißt, würde ich darüber bestellen, müsste, auch wenn ich manuell google und eigentlich direkt bei der Pizzeria und nicht über Lieferando bestellen mag, müsste die Pizzeria trotzdem ein paar Euro an Lieferando abgeben. Dritte Beispiel, Schlüsseldienst. Ich habe Schlüsseldienst in Wien gesucht, habe unter anderem dann auf Aufsperr24.at geklickt und bin auf diese Webseite gekommen. Und ich war mir am Anfang sehr unsicher, hätte sie aber fast seriös abgestuft. So, vielleicht fallt es euch auf, also 30 Minuten vor Ort, unverzüglich, detailliert. Das da hat mein Vertrauen gewonnen. Wie lange sie schon da arbeiten, wie alt sie sind, Schlüsseldienst, bla 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 bla. In ihrer Nähe, ein Geschäft mit Foto und so weiter. Eigentlich wahnsinnig interessant und seriös, aus meiner Sicht. Der Schlüssel, da ist eine Telefonnummer. Bisschen komisch geschrieben, also warum ist hier das hier so und warum so? Okay, aber nicht jede Webseite ist ja perfekt. Aber Fotos von dem Geschäft, Bewertungen und so weiter. Das komische, es gibt kein Impressum. Das ist was sehr komisches. Und ich habe dann geschaut, wie der Whois, also whoisdomaintools.com, ist wieder so eine Cloud-Flair-Service gehostet in San Francisco. Komisch. Google ich danach auf Sperr24.at, komme ich eben auf einen Blogartikel, wo es um das Thema geht. Watchlist Internet. Vorsicht für unseriösen Schlüsseldiensten. Und da ist natürlich unser Anbieter darunter. Gibt es leider in der Schlüsselbranche oder in der Aufsperrbranche gibt es einfach wahnsinnig viele unseriöse Anbieter. Das letzte Beispiel ist ein E-Commerce-Webshop. Aufmerksam bin ich darauf geworden von Felix Beilharz auf sein Video. Der hat das genauer analysiert. Fand es aber sehr spannend, deswegen wollte ich ihn mitnehmen. Mein goldscheideanstalt.de schaut aus wie ein normaler Gold. Also alle Online-Shops schauen so aus. Man kann hier relativ viel Geld ausgeben. Also seriöser und schöner wird es schon gehen. Aber es gibt auch solche, die seriös sind. Also keine Betrüger und so halt auch schon. Und das Spannende ist, drückt man aufs Impressum, dann wird eine Firma angeführt. Goldsilberkonto GmbH in Berlin. Und wenn man eben die googelt, dann kriegt man auch ein Ergebnis. Das heißt, die Firma gibt es. Scheint eigentlich alles okay zu sein. Wenn ich da auf Website drücke, ist das komische, komme ich auf eine andere Website. Das heißt, ich komme nicht auf diese hier, sondern ich komme auf diese hier, wenn ich da nach Google. Okay, schon mal das erste komische Zeichen. Zweite komische Zeichen, wenn du in den Checkout gehst bei einem Online-Shop und ich hier 55.000, das ist jetzt ein Produkt, ein Kilo Gold. Wenn ich das jetzt hier ausgeben wollen würde, dann kann ich nur bei Vorauskasse zahlen. Sehr komisch. So typisches Geld-Zurück-Spiel und so weiter. Also wieder so ein Zeichen, dass es eben sehr unserös sein könnte. Das Zweite ist, wenn du da unten klickst, gibt es sogar ein Trusted-Shop-Siegel. Und ich würde das immer sozusagen googeln, also Trusted-Shops plus den Domain-Namen. Oder wenn es verlinkt ist, draufklicken. Und wenn man das macht, kommt man hier auf so eine Seite. Das Problem ist, dass das nicht Trusted-Shop ist. Und zwar, die Website heißt Trusted-Goldjob Nummer 73704.de. Ist einfach eine WordPress-Seite, die so tut, als wäre sie Trusted-Shops mit Bewertungen. Ich meine, die Firma, habe ich euch vorhin nicht gezeigt, sagt, das gibt es hier seit 10 Jahren. Bewertungen gibt es seit 20. Ist natürlich alles Fake. Die Website ist einfach manuell aufgebaut. Die gibt es auf Trusted-Shops nicht. Das waren meine Insights, beziehungsweise meine vier Betrüger, die ich für dich herausgefunden habe. Ich hoffe, du nimmst etwas mit und schaust das nächste Mal, wenn du dir unsicher bist, vielleicht zweimal drauf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und freue mich, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis bald.